Keine Ahnung warum, aber ich hab grad einfach... Tekken ist grad einfach nicht meine Zeit. Alter. Ach, schade wär ich da schneller gewesen. Ja, hab ich versucht abzuhauen. Oh Gott. Oh, da hab ich den Parry versaut. Ja, das war klar. Ah, ich hab gedacht, ich schaue es trotzdem mal. Oh, krass, da schneller als ich. Dass das trifft, krass. Okay. Okay, Mist. Da bin ich nicht schnell genug weggekommen. Na? Schön sehen unsere Skins aus. Ja. Ja, da hab ich versucht mich zurückzuziehen. Ja. Boah. Ich hab schon das erste Mal verkackt die Wand.